Zusammen arbeiten wir hier in smarten Formen. Regional, digital, offen und im direkten Austausch. Ob KI, maschinelles Lernen, Data Science, Predictive Maintenance, E-Government. Ob Stahlkolosse mit sensibler Sensorik, Positive Computing oder Cyber Security. Wir vernetzen Spezialisten und Vordenker für eine schnelle Entwicklung innovativer Lösungen. Von der ersten Idee bis zur fertigen Anwendung sind wir nur einen Klick entfernt. Eine der modernsten digitalen Infrastrukturen sichern Industrie, Gewerbe, Handel, Handwerk, Forschung, Schulen und den Menschen Zugang zu aktuellen und zukünftigen Innovationsprozessen. Hochqualifizierte Ausbildung, interessante Arbeitgeber, Weltmarktführer, wissenschaftliche Einrichtungen und Hochschulen sowie digitale Kommunen bieten jungen Talenten und erfahrenen Fachkräften einen außergewöhnlichen Gestaltungsspielraum zum Forschen und Entwickeln. Unsere Region verbindet Natur, Kultur, Geschichte, Freizeit und vieles mehr mit den Vorteilen der Digitalisierung. Wo du all das findest? Direkt vor deiner Haustür. Die Smart Region im Schalippe. Innovativ. Digital. Stark. Die Smart Region im Schalippe. informações und Fragen буke ich. Berlin ist K cod – das polymer wird No.